Guten Abend Pyros, heute im Test der Raptor Princess Verbund von Argento bzw. Albert. Ja, das ist ein 100-Schutz-Verbund mit einem Kaliber von 25mm, eine Brenn-Daufe von 45 Sekunden und eine NEM von 1257,8g. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. So sieht er aus. Und ja, dann sehen wir uns jetzt zum Test zum Raptor Princess Verbund. Applaus Wunderschönes Teil, ey. Wunderschön. So, da kommen wir zum Fazit. Auf jeden Fall ein sehr toller Verbund mit tollen Effekten und einer sehr guten Schlussfolge. Für 0 Uhr ist dieser Verbund sehr gut geeignet. Also wirklich eine klare Kaufempfehlung für den Raptor Prinzess Verbund. Ja, das war's mit dem Video und ciao Pyros. Bis zum nächsten Mal. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020